Guten Tag, neuer Tag schon wieder. Heute sind die Dinger getrocknet und wir können hier weitermachen. Ich habe das ja, wie gesagt, noch nie gemacht und ich habe aber da so eine Maschine, beziehungsweise ein Gerät für Druckluft. Eigentlich ist es gar kein Gerät. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also es ist eigentlich, ich nenne es einfach Gerät. Ein Gerät, mit dem man das Zeug, unser den Putz, hier draufsprayt und dann kann man es einfach glattziehen. Aber das Ding ist original verpackt und ich packe es jetzt mal mit euch aus. Also hier ist das gute Stück und das besteht eben aus so einem Handteil hier. Ah, Bauschutt. Ah, okay. Okay, ich gucke mir einfach mal die Bedienungseite an, in diesem Fall. Also das hier soll hier reingedreht werden. Oh, das ist echt ein cooles Teil. Ich bin ja super gespannt. Ähm, ja, das hat hier vorne solche Löcher. Da kommt dann der Putz rein. Hier hinten wird Druckluft angeschlossen, also hier quasi. Und dann kann man einfach damit den Putz auf die Wand sprühen. Ich sage jetzt einfach einfach, ob das wirklich so einfach ist. Werden wir dann sehen. Ich baue das jetzt erstmal zusammen. Alter, Walter. Es hat gerade so lange gedauert, das zusammenzubauen. Übel. Das ist das Teil. Hiermit gibt man Luft. Kein Gas, sondern Luft. Hier vorne kommt das Zeug rein. Hier aus diesen Löchern soll es rausspritzen. Da drin sind so Düsen. Die sieht man da. Und dann soll man hiermit in den Eimer gehen, sich das neue nehmen und raussprühen. Das funktioniert. I doubt it. Wir werden es jetzt rausfinden. Mann, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe Bock. Ich habe mir extra einen 30 Meter Schlauch gekauft. Es ist saulaut, aber es funktioniert. Alter, Walter. Keines Teil. Jetzt muss ich erstmal anrühren. Das dauert eine Weile. Ich weiß nicht mal. Also wahrscheinlich kann ich hier einen ganzen Sack anrühren. Also ich bin wirklich mindestens genauso aufgeregt wie ihr, wenn ihr es seid. Also ich bin mehr aufgeregt wahrscheinlich. Das Zeug ist angerührt und alter bin ich gespannt. Einfach hier rein, habe ich gelesen. Und dann einfach Gas geben. Also ich habe einfach, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauschwerden und tierischen Durchfahrt. Alter, das ist ja geil, ey. Aber man muss das echt recht vollhalten. Vielleicht muss ich es noch flüssiger machen. Ist das nicht unfassbar geil? Man braucht ja Unmengen davon. Ich glaube, ich mache es noch nasser das nächste Mal. Also ich lieb es. Ich hoffe, ihr seht es, wie ich das genieße. Sieht eigentlich aus, als wenn man auf die Wand kacken. Ich nehme jetzt mal hier die Abziellatte. Schau mal, wie das verhält. Eigentlich ganz geil. Aber alter Walter, man braucht ja Unmengen davon. Das war jetzt fast ein Sack. Also ich brauche ja viel, viel mehr. Aber immerhin sieht man gut, wo mehr hin muss. Ja, alles was runterfällt, kann man natürlich auch direkt hier rein tun wieder. Fällt natürlich viel runter. Ich glaube, ich muss den Kompressor nochmal anmachen und mehr anrühren. Können Sie nicht behaupten, dass es brutal leicht wird oder so. Mann, Mann, Mann. Vielleicht ist es doch einfacher mit der Kelle. Weil es ist natürlich hier sehr, sehr weich gemacht. Das wird ja wahrscheinlich nicht so gut. Nee, jetzt zu weich. Da muss ich nochmal Substanz dazu machen jetzt. Das hier sieht gut aus, aber alter, wie viel ich davon brauche. Ich versuche es jetzt gerade mit der Hand aufzubringen, weil es nämlich überhaupt nicht funktioniert hat. Hat man ja vielleicht gesehen. Ich denke, mein Kompressor, weil der bei 5 Bar ausmacht, ist zu wenig Druck. Naja, muss ja nicht immer alles auf dem ersten Versuch funktionieren. Aber ihr seht, ich habe eine gute Konsistenz, bleibt kleben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Für mich wie so ein Affe, der mit seinen Fäkalien rumwirft. Das mit den Werfen hier funktioniert tatsächlich ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Davon bin ich eher positiv überrascht. Naja, Hauptsache, einen Erfolg. Manchmal werfe ich zu hart, dann hält es nicht. Wenn man zu weich wirft, hält es auch nicht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Möchte ich mal gucken, ob ich hier... Mann, ist das eine behinderte Arbeit. Verstehe ich, warum Leuterie gibt es vor die Wände kleben. Wirklich, verstehe ich es jetzt. Mit der Konsistenz habe ich jetzt echt lange rumgespielt. Ich meine, jetzt hier sitzt... Ach, Bliad. Hier sind immer noch Lächer drin und so. Ich weiß nicht, ob es vielleicht immer noch komplett falsche Konsistenz ist. Okay, runterschieben ist eine ganz schlechte Idee. Wandlawine. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier die Lösungen wären. Ich habe überall... Kurz... Überall... Vor allem an den Füßen ist das natürlich schön. Also, dass es so eine Sauerei ist, hätte ich aber nicht gedacht. Wirklich nicht. Da oben ist vor allem das ja richtig verkackt. Vielleicht ist aber auch die Dicke, die ich hier auftragen muss. Einfach zu viel. Das kann man ja auch nicht mit der Zahnkelle auftragen. Deswegen... Puh. Ziel des Ganzen ist ja, eine glatte Fläche zu bekommen. Aber hier... Eine bekackte Fläche vielleicht. Ich verstehe nicht, warum es so schlecht geht. Und warum es bei anderen so krank leicht aussieht. Oder ist es einfach so, dass es so schlecht geht? Ich kann es nicht einschätzen. Ich meine, es sind halt auch 2 cm. Und 2 cm steht aber auf der Packung, dass es damit geht. Grundiert ist auch... Ich versuche einfach nur einen anderen Schuldigen zu finden. Dabei kann ich es einfach nicht. Wobei ich glaube, das mit dem Werfen mache ich gar nicht schlecht. Damit kann man aber auch nicht ganz gut zielen. Okay, das ist jetzt gar nicht ganz kacke. Aber es ist komplett gewählt. Also hier ist doch Luft drunter. Ich verstehe es nicht. Ich muss es ja auf jeden Fall da oben raus hinbringen. Da ist das Flüssige drunter und es fällt einfach runter. Ganz ehrlich, ich würde sagen, auf voller Linie verkackt. Muss ich einfach zugeben. Also hier sieht es aus. Ich weiß gar nicht, ihr seht es gar nicht. Hallo. Hallo. Sackt einfach weg. Das hier, was jetzt ein bisschen trockener ist, geht gut. Alles da oben, ey. Ich kann es dir keinen zeigen. Also eigentlich kannst du nichts davon jemandem zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie retten kann. Wahrscheinlich nicht. Also heute kein erfolgreicher Tag hier im Haushandwerk. Ich habe mir jetzt eine bessere Konsistenz angerührt. Es bleibt jetzt wenigstens alles kleben. Ist jetzt relativ fest. Und man muss halt ganz gut zielen. Aber wie man hier an der Wand sehen kann, kann man es sehen. Da habe ich jetzt wenigstens flächendeckendes Zeug da drauf. Also ich denke, wenn ich zielen kann, hat ein Problem. Und wenn man zielen kann, dann geht es eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Ich bin schön aus dem Handgelenk. Ich gehe so von unten und lasse dann nach oben, lasse ich so den Schnick losgehen. Profi-Effekt. Hier unten zieht es jetzt natürlich schon schön an. Also soll dann das sein. Ich würde sagen, das ist jetzt hier zu fest, ehrlich gesagt. Bleibt jetzt kleben, aber lässt sich nicht nachziehen. Das verrutscht jetzt halt hier auf diesen dünnen Putz hier. Naja, das sieht doch jetzt gar nicht ganz kacke aus. Nur ein bisschen kacke. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Also ich muss leider von wenig Erfolg heute berichten. Da sind immer noch Fehlstellen und ich kriege die nicht weg, weil nämlich auf diesen Putz hier, der hier noch drauf war, auf dieser Grundierung, rutscht das einfach weg hier. Egal, ob es fest oder hart ist, es verschiebt sich einfach. Und das hier, das hält aber richtig gut. Also auf dem Stein hält es richtig gut. Und hier auch auf dem, was ich gestern hingemacht habe, auch. Und das, was ich als letztes gemacht habe, einfach mal dranwerfen. Das sieht tatsächlich auch am besten aus, aber ich befürchte leider, dass ich das alles nochmal abmachen muss. Zwei Stunden Verlust heute plus 40 Euro. Gut, Leergeld, ne? Aber ich mag es natürlich lieber, wenn ich Sachen einfach direkt kann. Naja, hier sieht es aus, ey. Übel. Ich zeige euch das. Hier. Dieses Ding. Ich denke, ich habe nicht genug Druck dafür. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch nicht die richtige Konsistenz für das Teil. Ich muss mal den, von dem ich das geliehen habe, fragen, wie er es gemacht hat. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht der Schlauch ist, dass ich vielleicht druckverlustig bis hier herben. Das kann nicht sein. Also laut Benoli geht das ja. Ich höre jetzt einfach auf. Ich gucke mir das morgen an. Eigentlich muss man das ja aufrauen am nächsten Tag. Ich habe vergessen, das Ding zu kaufen. Wie gesagt, kein so erfolgreicher Tag. Das zieht jetzt auch doch schon recht schnell an. Hier sieht man sogar schon, dass es hier trockene Stellen anfängt zu haben. Ich habe jetzt meine Reste frei hingeschmiert, in der Hoffnung, dass es dann besser hält. Ich habe auch die Sachen, die hier sind, nachdem ich da drüber gegangen bin, beim Abziehen, habe ich es nicht mehr weggemacht. So, dann habe ich es gelassen. In der Hoffnung, dass es dann auch ein bisschen Halt gibt einfach. Aber was soll's. Ich werde mich jetzt nochmal an YouTube setzen und wir nochmal ein paar Videos angucken. Ich werde hier auch nächste Woche erst weitermachen. Also jetzt am Samstagmorgen. Ich möchte mal ein bisschen entspannt machen. Ich habe letzte Woche ein bisschen viel geballert. Vielleicht mache ich morgen eine Kleinigkeit. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder. Es ist Montagmorgen. Das labere ich. Es ist Montagabend. Es ist 18 Uhr. Ah, es ist 18 Uhr. Also, Montagabend. Ich war gestern kurz hier, hat mir das hier angeguckt. Chef, ich habe mal Löhr. Nee. Also, ich habe mit einem guten Kumpel geredet. Der hat das mal beruflich gemacht. Und er meinte so, ja, also, wie viel hast du denn versucht aufzutragen? Ich sagte, ja, unten so zweieinhalb Zentimeter. Er meinte, er so, ja, so dick macht man es eigentlich nicht. Und er sagt halt auch, also, sie haben eine Maschine für 15.000 Euro, um das an die Wand zu sprühen. Die habe ich natürlich nicht. Ich habe nur dieses Ding hier. Und ich habe bis nach meinem Kompressor rumgespielt. Also, ich bin jetzt da inzwischen bei 8 Bar angekommen. Und ich könnte noch höher gehen. Ich würde es mit diesen 8 Bar noch tatsächlich nochmal probieren. Weil ich glaube, was auch ein bisschen mein Problem war, ist, dass einfach der Druck immer abgefallen ist. Superschnell. Und mein Problem ist bei dem Kompressor, den kann man anmachen. Und dann pumpt der, bis er den Druck erreicht hat, dann macht er einfach aus. Und dann kann man ihn nicht wieder so einstellen, dass er von alleine wieder angeht, sondern er ist halt einfach aus. Das heißt, ich muss mir mal irgendwie entweder das Ding umbauen, dass er dann wieder anspringt. Oder einfach mal so einen anderen Drucksensor holen. Vielleicht macht es das leichter. Naja, auf jeden Fall meinte er das nächste Mal, bei anderen Wänden, soll ich erstmal so eine andere Schicht aufbringen. Oder wenn ich gar nicht das zu dick aufbringen muss, dann wäre es natürlich wesentlich besser. Er meint auf jeden Fall, ich muss es nicht absteppen. Es wird halten. Und ich soll jetzt einfach hier nochmal eine andere, noch eine zweite Schicht drüber machen. Und das hier sollte ich auch einfach nochmal drüber spacheln. Das würde gehen. Und ich muss sagen, es ist auch hart geworden. Ich habe jetzt keine Angst, dass es abfällt oder so. Das habe ich nicht und es sollte auch alles in Ordnung sein. Aber es hat mich natürlich gestern, vorgestern ziemlich runtergezogen, weil ich ja eigentlich alle Sachen relativ schnell lernen kann. Und das war ein absoluter Rückschlag. Deswegen hat mich das ziemlich geärgert. Naja, ich bin jetzt gerade dabei, hier mal zwischendrin, weil ich heute noch ein paar andere Sachen gearbeitet habe, diese Dose einzusetzen hier. Das ist eine ganz normale Trockenbaudose. Und zwar hat die an der Seite hier solche Schrauben mit solchen Haken. Und in dem Moment, wo man anfängt, diese Schraube reinzudrehen, dann klappt dieser Haken aus. Also ist eine coole Sache und habe ich auch schon ziemlich oft benutzt. Die ist auch bei uns im Wohnzimmer. Da habe ich ja so eine Wandheizung verlegt und da habe ich mal zwischendrin dann diese Dinger reingebaut. Ja, also das hat ziemlich gut funktioniert. Wie normalerweise alles bei mir, wenn es nicht gerade mit Rohputz anbringen zu tun hat. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt heute mache. Heute übrigens, nur dass ihr mal wisst, wie das ungefähr so zeitlich ist, habe ich das erste Video von dieser Reihe hochgeladen. Also es ist der 15. April und ich habe das erste Video hochgeladen. Und es geht richtig ab. Ich habe nichts damit gerechnet. Also es ist ein Tag online, es hat schon 1000 Views. Freue ich mich natürlich. Und an der Stelle erstmal würde ich mich auch gerne bedanken, dass ihr bisher schon so fleißig schaut. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr den Channel abonnieren würdet und die Glocke anmachen würdet und was auch immer. Also ihr kennt das ja. Aber ich mache es für mich, für euch. Es macht mir Spaß. Es ist einfach cool. Dieser Raubputz hat übrigens komplett meine Hände zerstört. Also eine komplette Hautschicht ist einfach zu Staub geworden. Und ich habe das jetzt das ganze Wochenende andauernd eingecremt. Aber es hilft nicht. Ist schon tot und fällt ab. Diese Dosen hier, die heißen übrigens Rie-Gips oder Hohlwand-Dosen. Und kosten irgendwie 1,50 oder so. Ein Bauhaus. Also gibt es hier wahrscheinlich bei Hornbach oder so. Wesentlich günstiger. Außerdem habe ich ja hier noch kein Rie-Gips drin. Das können wir uns ja mal annehmen eigentlich. Ich habe hier Rotabond 2000. Ist ein ziemlich geiler Kleber. Ein Komponenten-Kleber. Und alles, was ich da mitgeklebt habe, ist eigentlich unkaputtbar. Also so auch viele 3D-gedruckte Sachen klebe ich da mit. Und das ist mega gut. Kann ich sehr weiterempfehlen. Ich werde das hier aufbringen auf meiner glatten Fläche. Damit mein Rie-Gips auch glatt bleibt. Ich hatte ja überlegt, das wegzumachen. Aber das habe ich wieder verworfen. Da mache ich hier Rotabond drauf. Klebe das da drauf. Und dann mache ich vielleicht nochmal 2, 3 Dübel rein. Einfach diese Schlagdübel auch. 6er Schlagdübel. Und dann sollte das halten. Aber erstmal schneide ich jetzt schnell die Platte hier zu. Zig. Dafür ist es immer ganz gut, hier die Rest-Rie-Gips-Platten aufzuheben. Weil man die dafür immer wieder benutzen kann. Das schneide ich nämlich erstmal wieder hier. Die 5 cm weg. Ich habe schon wieder das Maß vergessen. 47,64. Das schmeckt mir jetzt. Also 64 in der Breite. Das kann man dann übrigens einfach einspachteln. Also als Verbindung zur Rie-Gips-Wand. Weil ich klebe ja das hier quasi als festes Bauteil auf die Wand. Und dann könnte man jetzt denken, ja okay. Aber dann geht ja quasi... Also könnte ein Riss entstehen zwischen dem, was ich auf die Wand klebe. Und der Rie-Gips-Wand, wenn die zueinander arbeiten. Aber ich werde da dann Ecken rein spachteln. Also solche Winkel. Und dann passiert das nicht. Also dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das Ganze sogar nochmal zur Wand hin abgesteift. Und das ist dann sicher. Deswegen habe ich mir da keine Sorgen. Dann können wir jetzt mal gucken, wie das passt. Könnte ja. Sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den Regen hören könnt. Wollte nur die Musik. Aber es kommt gleich noch jemand von Kleinen zeigen, was abholen. Äh. Hä? Okay. Hä? Boah. Man merkt jetzt schon einen ganzen anderen Arbeitstag hinter mir hatte. Ich komplett holte das. 64. Was habe ich denn gemacht? Dumm. Ich schneide es schnell zu. Neuer Versuch. Vielleicht passt es ja diesmal. Ja, fast. Also hier muss unten noch ein bisschen was weg. Dann passt es. Das heißt wahrscheinlich, dass es eine Platte war, die keinen rechten Winkel hatte. Weil wir oben diese eine Wand ausgestellten. ausgeglichen hatten. Es gibt übrigens auch so Riehgipshobel. Habe ich noch nie benutzt. Das hier ist mein Riehgipshobel. Württmesser. Ich gehe einfach her und schnitze es so weg. Vielleicht mache ich hier oben die Ecke auch noch ein bisschen was weg. Dann mache ich jetzt direkt Kleber drauf. Weil ansonsten kriege ich es nicht mehr raus, wenn ich es jetzt einmal ganz reingedrückt habe. Also roter Bond. Ich mache jetzt hier auf die Wand. Einfach. Jetzt sagt ihr bestimmt, oh man könnte das ja auch weiter aufschneiden. Ja, ich habe keinen Bock da drauf, weil ich oft kleine 3D-gedrückte Sachen klebe. Und deswegen ist mir das einfach lieber. Und es ist nicht so schlimm. Es reicht. Der Klebefilm muss eben nicht so mega dick sein. Ich habe es mir übrigens noch, eben als die Kamera aus war, alles gesaugt einmal. Dass das hier recht sauber ist. Und staubfrei. Mit bessere Haftung. Das wird auf jeden Fall halten. Schon nur hier mit. Aber mit Dübeln ist man halt auf der sicheren Seite. So, und dann nicht vergessen die Schraube wieder reinzumachen. Also ich weiß nicht, ob man es hören kann. Aber die ganze Wand schwingt mit jetzt. Also das ist schon ganz gut so. Hält auf jeden Fall. Abfallen wird es nicht. Ich hole jetzt trotzdem Bohrmaschine. Und dann machen wir hier einen Dübel rein. Da einen Dübel. Dann ist es gut. So, bündig einschlagen. Dann ist es gut. So lange ich jetzt noch hier auf meinen Mitmenschen warte. Von Kleineinzeigen. Mache ich noch was, was hier mein Kumpel mir gesagt hat. Und zwar das Ganze einmal abreiben, bevor wir jetzt darüber weiterspachteln. Außerdem habe ich ja hier oben an der Kante. Ich habe nicht bis oben hin das aufgetragen, weil ich hier die Decke abhängen will. Und es quasi da oben egal ist. Allerdings würde ich gerne schon ein Stückchen höher gehen. Damit meine Decke eben nicht so mega weit runterkommt. Einfach damit man die Decken höher nicht verliert. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einfach hier die ganze Wand so bearbeiten. Ehrlich gesagt sieht das schon viel besser aus. Außerdem meinte mein Kumpel halt ja maximal 15 Millimeter. Also dann war es ja doch gar nicht so schlecht, wie ich es gemacht habe. Weil es geschafft hat, fast drei Zentimeter aufzubringen. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, lasse ich das nochmal einen Tag trocknen. Und ich zeige euch das jetzt hier gerade nochmal von nahem. Also dieses mit diesen Schienen hat eigentlich gut funktioniert hier. Man kann das vielleicht hier in der Perspektive ganz gut sehen. Hier war das Zeug zu weich und ist einfach runtergesackt. Hier war es schon wieder zu hart und hat sich nicht verziehen lassen. Aber ich hatte ja auch einfach alle Konsistenzen ausprobiert. Hauptsache das funktioniert irgendwie. Da oben ist das, wovon ich gerade geredet habe. Naja und hier, das ist alles richtig hart. Also abfallend wird das hier nicht. Das ist kein Problem. Und ich kann da gut im Gewissens einfach drüber gehen. Hier vor Abreiben ist natürlich richtig, richtig viel Staub auf dem Boden. Das werde ich jetzt noch einsaugen. Und dann gehen wir mal nach vorne und legen da noch ein bisschen Kabel hin. Weil ich nämlich angefangen habe, die Schalter nach vorne zu verlegen und die Rigipsdecke einzuziehen. Am Samstag zwischendrin noch. Da hatte ich gerade keine Kamera bei mir. Hier seht ihr die erste Rigipsdecke, die ich gemacht habe. Also in dem Haus hier. Nicht die allererste. Aber das ist eben dieses UD. Das sieht wie ein U im Querschnitt und das Deckenprofil ist. Und das hier ist das CD. Hier kann man dann noch solche Deckenabhängereien machen. Wobei man das wahrscheinlich bei so einer kleinen Fläche hier gar nicht erst braucht. Deswegen lasse ich das hier wahrscheinlich weg. Das hier hatte ich ja freigestemmt. Und da habe ich sehr vorsichtig gestemmt zum Glück. Weil ich habe fast hier dieses Klingelkabel kaputt gemacht. Das wäre übel gewesen, wenn ich das alles neu verlegen müssen. Und die Klingel nicht mehr funktionieren hätte. Naja und außerdem habe ich das hier aufgestemmt, nachdem ich diese Schiene hingemacht habe. Also erstens richtig Glück, dass ich meinen Dübel da hingesetzt habe. Weil ansonsten hätte der im Kabel gesetzt. Außerdem, wenn man hier oben lang guckt, sieht man, dass ich genau unterhalb von dem Kabel sitze. Also in jedem Fall richtig Glück gehabt. Muss halt auch mal sein. Und hier an der Seite. Also hier ist sogar noch ein Kabel. Habe ich noch gar nicht freigelegt, sehe ich gerade. Das ist da der Strom für draußen. Und den will ich ja auch auf die andere Seite legen. Das heißt, das schließe ich hier an, dieses Kabel, das hier hochkommt. Und das geht dann hier rüber und hier drüben runter. Und da können wir dann eigentlich heute mal noch mit diesem Elektriker-Gibs, wofür es eigentlich gedacht ist, noch zwei Dosen setzen. Ich bin heute irgendwie ziemlich am Arsch. Deswegen werde ich nicht so lange machen. Es ist doch schon wieder bald 8 Uhr. Aber ich muss nochmal ein bisschen entspannen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich nur noch irgendwie sowas machen mit der Elektriker ein bisschen. Also nichts Krasses mehr. Also als nächstes wäre herauszufinden, wo eben dieses Kabel hier von der Lampe lang geht. Ich schätze mal, das ist genau das hier, was ich verfehlt habe. Das heißt, ich werde jetzt mal das Licht ausmachen und mal daran ziehen, in der Hoffnung, dass mir das dann entgegenkommt. Sieht gut aus. Ob ich die Decke jetzt hier kaputt mache, ist ja im Endeffekt egal, weil ja von neu hier drunter gehängt wird. Ja, das ist es. Genau. Das heißt, das hier kann ich direkt tot machen eigentlich. Und an mein Kabel, was ich auch von hier hinten hochlege, damit anschließen. Weil da muss ich ja nur die Phase schalten. Aber ich muss nochmal kurz überlegen, nicht diese Entweder machen. Aber erstmal nochmal zu diesen Dosen hier. Also ich benutze super gerne diese Tiefen, einfach weil du einfach viel mehr Platz hast, um hinten mal noch ein Kabel durchzuführen. Weil normalerweise ein Schalter nimmt etwa diese Tiefe ein. Und deswegen finde ich es einfach cooler, die dicken zu nehmen. Und das ist jetzt nicht viel mehr arg. Ich meine, wenn man jetzt eine superdünne Wand hat, dann nimmt man die natürlich nicht. Aber ansonsten würde ich persönlich immer die hier nehmen. Naja, und die haben eben hier diese Verbinder. Und dann kann man die einfach so ineinander stecken. Und dann sind die verbunden. Jetzt habt ihr ja hier oben das überstehen und hier unten das überstehen. Und die Löcher, die ich geschnitten habe hier. Ich zeige euch das. Da steigt jetzt natürlich das oben und das unten. Das heißt, oben und unten schneide ich jetzt einfach mit einem Cuttermesser ab. Ein wahnsinnig scharfen Cuttermesser. Mhh, geile Qualität. Ich hole mir eine neue. Vielleicht lag es daran, dass ich mit meinem Messer eher gedrückt statt geschnitten habe. Aber dieses Messer hat halt nur eine Drücke und keine Schneide. Aber das hier sieht doch besser aus. Also Hauptsache, das ist hier oben relativ eben. Ich meine, der kann ein bisschen überstehen, der müsste sich nicht perfekt abschneiden. Aber das meiste sollte schon weg sein. Ich habe übrigens herausgefunden, auch in einem alten Foto, dass die Schalter auf der Seite waren, weil die Tür früher in die andere Richtung aufging. Dann haben sie sich eine neue Tür gekauft, die in die andere Richtung aufgeht. Und seitdem sitzen die halt total behindert. So, zack. Und siehe da, es passt. Und es ist sogar in einer Flucht. Jetzt sauge ich das einmal aus. Rühre mir von dem Elektrikerspachel an. Mache hier oben das eine Loch auf. So. Diese Löcher in diesem Verbinder hier, die kann ich jetzt natürlich auch aufmachen. Das empfiehlt sich auch zu tun, während es noch nicht verbaut ist. Dann schneide ich mein Kabel auf Länge ab, also ich lasse das hinten ein bisschen überstehen, stecke es hier rein und dann kann man das gleiche reinkleben. Mann, wie gut es passt, oder? Aber das mit der Schablone ist Gold wert. Kann ich euch empfehlen. Die hatte ich von Thinking Voice. Falls die jemand haben möchte, kann ich mir natürlich schreiben oder vielleicht denke ich sogar dran, den Link in die Videobeschreibung zu packen. Außerdem muss man noch gucken, ob die Kabel jetzt da reinkommen. Dadurch, dass die Einführung von oben ist und mein Schlitz ja leicht versetzt nach links ist, muss ich mir hier die Ecke jetzt noch freistemmen, damit ich da reinkomme. Viel besser. Jetzt kann ich dieses Kabel hier theoretisch schon komplett hier durchstecken. So, will ich natürlich nicht. Ich will das natürlich abisolieren, aber nur die Drähte durchstecken, weil man die besser biegen kann als hier das ganze 3x1,5 Verbund. Aber so kann ich auf jeden Fall einen schönen Einlauf von oben haben. Man kann aber auch hier hinten nochmal extra Blättchen rausbrechen. Dann ist es auch leichter her, das hier. Das Blöde dabei ist dann halt nur, dass man das Kabel schon drin haben muss. Beim Reinkleben mit dem Gipszeug, weil nämlich sonst euch der Gips da reinkillt. Bisschen nervig. Na genau, ich gehe jetzt hier mit einfach ganz hinten rein. Und dann ist das hier auch schon top. Genau, abisolieren würde ich es auch zu tun. Ist einfach einfacher. Und jetzt ziehe ich erstmal das andere Kabel noch hier durch. Und dann können wir es reinkleben. Oh man, das war ja wieder eine klasse Ebay-Erfahrung. Kein Wort Deutsch. Ich will diese Scheiße nicht. Also, doch sind Worte Deutsch, aber... Da war so ein Trog mit Erde drin. Weder nur ein Trog, nicht die Erde hier drin. Naja. Nicht so schlimm. Ich fixiere dich jetzt schon mal. Weil das ist ein bisschen schwieriger, das mit dem Gips zu machen. Deswegen die Kabel schon mal fixieren. Dann kann man die auch schöner einspachteln. Und dann ist gut. Dazu muss ich jetzt hier mal links und rechts mal so ein bisschen freisteppen. Das macht natürlich die Schlitzfräse nicht. Jetzt markiere ich mir hier eben, wo abschneiden und bis wohin abisolieren. Also den hier bis hierhin abisolieren. Und den lasse ich mal so lange stehen. Beziehungsweise das hier kann ich hier schon abschneiden. Hinten steht genug. Dann kann ich das hier abmachen. Und den anderen. Dafür gibt es auch ein Tool. Und zwar dieses hier. Hier ist für die einzelnen Drähte. Und das hier ist eben für das ganze Seil, wollte ich schon sagen. Für das ganze Kabel. Also ich hole das halt hier nochmal raus jetzt. Jetzt nimmt man das. Legt das hier drum. Drückt das fest zusammen. Drehst es ein bisschen her. Knickt es einmal hin und her. Und zack, ist die komplette Hülle ab. Und halt nur noch die einzelnen Drähte. Und das Ganze mache ich jetzt hier auch einfach nochmal. Manchmal ist es einfacher, wenn man jetzt hier so ein langes Stück zum Beispiel isoliert, ist es manchmal einfacher, das in zwei Abschnitten zu machen. Aber ich meine, wenn man genug Kraft hat, kann man es auch einfach in allem abziehen. Ich glaube, ich ruhe das jetzt nur noch an hier. Klebe das da rein. Und dann mache ich Feierabend für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann gehen wir nämlich wieder an den Putz. Einmal das richten, was vom letzten Mal ist. Und dann müssen wir wieder Putzschieden setzen für die anderen Wände. So. Wie gesagt, einmal saugen jetzt. Dann geht's los. Wir haben jetzt wieder unseren Elektriker-Glips. Den schmiere ich jetzt einfach hier rein. Wieder schön schnell. Das wird nämlich schon wieder hart, was der Sinn der Sache ist. Und rein damit. Die hier schnell in Position bedrückt. Das hier hier reindrücken. Wie wenn es hier oben kann ich noch hier reindrücken. Also ich finde es zwar geil, wäre noch geiler, wenn es vielleicht eine Minute zum Aushärten oder so reicht es. Andererseits, wenn man Dosen setzt, will man das ja auch schnell machen. Das Coole ist halt, ich kann es einfach festhalten, bis es trocken ist. Und dann ist es gut. Ja. Genau. Und dann haben wir jetzt schon Dosen gesetzt. Simpel, oder? Vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Gucken, wie wir beim Schneiden. Also ich vor allem. Einer Frau hat es auch geliebt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.